Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast, heute mit dem Review zur vergangenen UFC Fight Night, mit den Kämpfen von Islam Macherchev, Dustin Stolzus und Khalithaar. Viel Spaß bei diesem Review. Lasst aber vorab gerne einen Daumen nach oben da oder natürlich ein Follow bei Spotify oder natürlich auch eine Bewertung bei iTunes. Wir hatten heute Nacht eine Fight Night und da fangen wir auch direkt mal in den Prelims an. Wir hatten in den Prelims Khalithaar gegen Morozov. Ja, Tar sah super gut aus, also auch von der Physis her, sein Körper, er sah wirklich top aus, top austrainiert. Bullig auch, also relativ schwer für einen Bantamweight, hat auch einen sehr harten Weightcut hinter sich. Im Fight sah er auch nicht übel aus, aber das Wrestling von seinem Gegner Morozov war leider zu stark. Dementsprechend konnte Morozov das so über die Runden bringen. In jeder Runde hat er starkes Wrestling gezeigt und das hat ihm im Endeffekt immer diese 10, 9 Runden gegeben. Es war keine eindeutige Dominanz oder sowas, sondern im Endeffekt würde ich behaupten, das Wrestling hat dazu geführt, dass Morozov die Runden zu 10, 9 gewonnen hat. Er hat auch verdient gewonnen, gar keine Frage. Starkes Grappling, viel Druck, hing sehr viel an Taha. Und ja, schade, bittere Niederlage für Khalithaar. Mal schauen, wie es da weitergeht. Springen wir direkt rüber zum Main Card, direkt zum nächsten deutschsprachigen Fight, sage ich mal. Und das war Dustin Stolzfuß gegen Rodolfo Vieira. Dustin Stolzfuß mit einigen Zuschauern von Wheel of MMA bekannt sein. Er ist noch der Champion im Mittelgewicht. Und Stolzfuß sah auch top durchtrainiert aus, sah super gut aus, klar. Rodolfo Vieira, dem seine Füße ist, ist natürlich ganz, ganz krass. Also Vieira, seine Füße ist auch bei den Weigh-Ins, beim Wiegen, brutal. Im Fight, muss man sagen, hat Stolzfuß eigentlich eine gute Figur gemacht. Bei der ersten Runde gab es Diskussionen, geht ihr jetzt an Stolzfuß, geht ihr an Vieira? Aber offiziell ging sie an Vieira. Ich denke, Stolzfuß hat ein bisschen mehr Schaden hinzufügen können und hat ein bisschen effektiver gekämpft. Nichtsdestotrotz ging diese Runde an Vieira. Stolzfuß bekam die zweite Runde auf den Scorecards. Und in der dritten Runde gab es dann leider die Submission, als Vieira sich den Hals von Stolzfuß gepackt hat und Stolzfuß daraufhin abklopfen musste. Schade, auch für Stolzfuß. Er steht 0 zu 2 jetzt in der UFC. In der Contender Series hat er seinen Kampf gewonnen. Und mal schauen, wie es da weitergeht. Es ist natürlich immer die Frage, wie lange hält die UFC einen neuen Kämpfer unter Vertrag? Vor allem, wenn wir über solche Geschichten wie Contender Series oder Ultimate Fighter reden. Vielleicht bekommt er noch eine Chance in der UFC. Es wäre wünschenswert. Es ist super gut, dass wir so viele deutschsprachige Kämpfer aktuell in der UFC haben. Also Stolzfuß, Taha, Hakparast, Manny Böhm gibt ja bald die UFC-Debüt. Niklas Stolze kämpft in wenigen Wochen. Also es ist schon gut, dass wir so viele deutschsprachige Fighter in der UFC haben. Und ich hoffe, dass sie da auch noch einen Fight bekommen werden. Dann hatten wir ebenfalls Jeremy Stevens gegen Matthäus Gamrot. Ja, allzu viel kann ich jetzt auch nicht über diesen Fight sagen. Der war ja schon nach einer Minute vorbei. Jeremy Stevens wurde hier fast seinen Arm ausgerissen. Also brutales Ermischen von Matthäus Gamrot. Gamrot auf der anderen Seite, ein super guter Athlet. Ich erinnere mich noch ganz gut. Matthäus Gamrot, das war damals einer der ersten Kämpfe, die ich jemals kommentiert habe. Einige von euch wissen ja, ich bin auch MMA-Kommentator, war auch schon für The Zone als Kommentator im Einsatz. Und Matthäus Gamrot hatte ich damals, das war vor drei Jahren, auch kommentiert gegen Koibe Erbs. Das war beim polnischen MMA-Event. Und jetzt steht er 19 zu 1. Wahnsinn. Also Gamrot, super guter Fighter, Polish Power. Plötzlich gibt es diese Fighter aus Polen, die ganz oben mitspielen. Klar, Joanna schon immer. Aber Jan Blachowicz, der Champion. Jetzt haben wir Matthäus Gamrot, der da auch mitmacht und auch weiter hoch geht ins Lightweight. Geil, wirklich sehr, sehr geil. Dann hatten wir im Co-Main-Event Mischa Tate gegen Mario und Renault. Dass Mischa Tate gewinnt, wundert, denke ich, niemanden. Mischa Tate sah gut aus, top durchtrainiert, top Physis, gutes Comeback. Aber es war zu erwarten. Im Main-Event hatten wir Islam Makhachev gegen Thiago Moises. Thiago Moises sah gut aus, aber Makhachev sah besser aus. Es war ein spannendes Event, es war ein spannender Kampf. Und klar ist, Makhachev konnte sowieso nicht viel daraus gewinnen. Die Nummer 9 hat hier gegen die Nummer 14 gewonnen. Wie gesagt, ich hatte im Vorfeld ein bisschen kritisiert, dass es für Makhachev hier nicht viel zu gewinnen gibt. Aber er sah nichtsdestotrotz gut aus. Und die UFC promotet ihn auch immer besser. Die UFC sagt hier jetzt schon, hey, sehen wir hier den zukünftigen Champion im Lightweight. Das schreibt die UFC selbst. Und dann postet die UFC noch ein Bild mit Islam Makhachev und Khabib Nurmagomedov und, und, und. Also die UFC hält sehr viel von Islam. Und das ist ein gutes Zeichen. Denn das heißt auch, er bekommt seine guten Fights. Mal gucken, ob wir den Tony Ferguson Fight sehen werden. Oder den Haferhalt aus Anjos Fight. Ich denke, einer von beiden wird es RDR gegen Makhachev oder Tony. Ich bin mal gespannt. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Zur UFC Fight Night schreibt sie gerne unten rein. Folgt Bühler auf MMA auf Instagram. Und damit bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.